Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Ja, wir sind wieder da und wir sind immer noch dabei, das Schiff zu reparieren. Also ich muss jetzt erst einmal ein paar Sachen finden, die wir brauchen für die Reparatur. Das ist Kohlenstaub. Na, ist das trotzdem eine Kreatur? Nein, der ist kein Fake, das ist gut. Eine Geode. Gib mir dein Ferrit Staub. Das kann ich gut gebrauchen, gib das her. Waffenladung aufgebraucht, nein. So, aufladen, nehmen wir einfach das hier, zack. Boah, das Teil einfach mal gleich auf 100%. So. Flicke den Pulsantrieb mit Metallplatten, ja. Das könnten wir theoretisch tun. Also nächst einmal, Kohlenstoff, her damit. Oh, komm, gib mir deinen Kohlenstoff. Ich will das haben. Okay, das geht auch Kohlenstoff. Auch nicht schlecht. Ja, los, gib das her. Nicht identifiziertes Mineral. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohlenstoff noch mitnehmen, weil, werden wir so oder so brauchen. Früher oder später. Wir müssten dann auch anfangen, hier alles zu scannen und so. Aber ich will eigentlich nur von diesen Planeten runter. Der gefällt mir echt nicht gut. Ein merkwürdiger Planet. So, gib das her. Supi. Supi, supi. Na, hier, Kohlenstoff nehmen wir da auch nochmal mit. Na los, komm, bau ihn ab, den Baum. Den kleinen Baum, bau ihn ab. So, gib mir her, dein Kohlenstoff. Reines Ferit. Fortschrittlicher Minlader erforderlich. Okay. Ja, haben wir natürlich alles noch nicht. Das wird noch dauern. Ja, okay, das können wir nicht abbauen. Das aber, das können wir auch nicht abbauen. Gucken, was haben wir hier noch in der Nähe? Hm. Oh, das sieht auch cool aus. So, dann. Impulsantrieb. Hermetisches Siegel, ja. Können wir das bauen? Aber ich glaube, das hermetische Siegel können wir noch gar nicht bauen. Das ist scheiß Arbeit. Wie kriege ich denn so ein... Wo können wir das denn bauen? Wo kriege ich so ein hermetisches Siegel her? Es ist schon so lange her, dass ich es gespielt habe. Verwendet für Bau und Herstellen verbessern. Lebenserhaltung, Ionen-Akku, Projektil-Munition. Äh, ja. Nicht so geil. Okay, wir gehen einfach mal ins Schiff. So, Raumschiff. Ja, wir können das Ding reparieren. Wir können aber auch... Ja, ich habe kein reines Ferit, ne? Technologie ist nix. Ja, ich habe halt kein hermetisches Siegel. Das ist nicht so geil. Überhaupt nicht so geil. Was können wir denn hier? Sauerstoff wiederverwerten. Achso, ja, okay. Ja, da haben wir sonst noch nicht viel. Hm. Finde ich jetzt gar nicht so geil. Wenn ich ehrlich bin. Wie kann ich dieses hermetische Siegel bauen? Ah, okay. Schiff 16 geleert. Grund, Wächterinvention. Bewusste Übertragung. Äh, Anomalie, Eindämmung. Okay, Übertragung. Übertragung anfangen. Reiseanomalie entdeckt. Anomalie fügsam. Position verzichtet. Hä, was verzeichnet. Systemintegrations-Scan wird analysiert. Gut, dann mach das mal. Dann mach's doch einfach mal. Oh, okay. So können wir das Licht ausschalten. Nicht so geil. Hm, wie krieg ich jetzt so ein hermetisches Siegel? Finde ich jetzt gerade nicht witzig. Finde ich absolut nicht witzig. Erstmal Kohlenstoff. Immer her mit dem Kohlenstoff. Gib das her, Junge. Das ist alles meins. Juhu. Okay, da war gerade irgendwie Verriebsstaub. So, hier. Das Zeug ist es. Gib das her. Ja, Geode. Aber Geoden, die brauche ich jetzt nicht unbedingt aufmachen. Was ist das? What is that? Tell me that. What is that? Okay. Jade Erzen. Okay. Was haben wir hier? Natrium. Junge. Ey. Sauerstoff. Gut. Ey. Kann ich das Teil auch aufmachen? Danke. Was haben wir hier? Oh. Nehme ich gerne. Ich will auch fliegen mit meinem Schiff. Okay, da brauchen wir den fortschrittlichen Minenlaser für. Davon nehmen wir auch ein bisschen was mit. Man kann nämlich nie genug haben von dem ganzen Kram. Was ist das? What is this? Iiii. Es hat sich ergossen. Aber ich gebe Sauerstoff. Von daher ist alles in Ordnung. Na, da hinten haben wir noch Blümchen. Da haben wir noch Blümchen. Warte mal, da können wir eigentlich mal hingehen. Da könnten wir eigentlich mal flott mal hingehen. Jetpack Stromstoß. Okay. Ah, okay. Dann können wir eigentlich endlos mit dem Strom-Dings-Bombens können wir endlos fliegen. Okay. An und für sich gar nicht mal schlecht. Na, was haben wir hier? Nochmal ein bisschen Feritstaub. Gib das her. Gibt's mir. Ja. Ja. Können wir nochmal abscannen. Was haben wir hier? Warum leuchtet es so? Niemand weiß es. Niemand weiß, warum es so leuchtet. Und... So, dann haben wir da noch ein bisschen was. Whiii. Ähm... Machen wir einfach mal so. Toll. Kohlenstoff. Eigentlich will ich was anderes haben. Mir fällt gerade auf, warum wird unser Schiff nicht angezeigt. Na, den können wir füttern. Ähm... Ja, rein damit. Wat machst du? Nanit. Nanite. Drei sich nanit. Ist in Ordnung. Okay, da haben wir schon geplündert. Okay. Feritstaub. Ja, komm. Gib mal her das Feritstaub. Sag ich nicht nein. So, gib das her. Boah, Junge. Und du hältst aber viel aus. Äh, 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 gib her. Na, okay. Erstmal... Erstmal ab zum Schiff, würde ich sagen. Weil Giftschutz nimmt ab. So. So, jetzt muss ich mal gucken. Und zwar Produkt herstellen. Kreaturenkugeln. Kann platziert werden um das Schnellmenü aufgerufen. Standardkünder locken Kreaturen an und lassen sie Ficarium abgeben. Äh, verwende den Analysator, um die bevorzugten Künder für sich mit Kreaturen zu herausfinden. Der Einsatz von Künder erlaubt fortschrittlichen Aktionen mit Kreaturen. Ja, das ist wahrscheinlich für 10 später. Macht Leitfähigkeit, Pipapo, Ionen-Akku, lalalala. Hm. Nicht so geil. Das ist absolut nicht so geil. Ähm. Guck mal, bauen wir einfach mal... Wie kann ich das bauen? Äh, warte, warte, warte. Ja. So. Dann haben wir hier... Können wir das reinpacken. Zack. Und dann machen wir rein. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Wo haben wir das? Da, verriert Staub. Let's go! Mach es für mich. Machen das fertig für mich. Giftschutz nimmt ab. Ah, woran das wohl liegt? Ah, gut. Dann können wir hier gleich nochmal ein bisschen mehr verriert Staub nehmen. Gibt das her. Wui! So. Hä? Sauerstoff? Was? Okay. Okay. Eine Geode. Ja, der braucht noch ein bisschen. Ähm. Ah, ich hab halt immer noch nicht das hermetische Siegel. Reines Ferit. Ja, das machen wir ja gerade. Da haben wir auf jeden Fall die Startschubdüsen und dann brauchen wir noch den Impulsantrieb. So. Gib das mal her. Ab in den Exo-Anzug damit. Ähm. Könnten wir eigentlich, jetzt wo wir das Teil sowieso gerade aufgebaut haben. Einmal den hier machen. Wupp. Machen wir mal verdichtet mit Kohlenstaub. Ähm. So, dann kann ich hier auf jeden Fall so machen. So, jetzt brauchen wir nur noch das hier. Metallplatten und hermetisches Siegel. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht. Also ich kann auf jeden Fall Metallplatten machen. Aber ich kann halt noch nicht die Dingens bauen, die ich brauche für das zweite Teil. Äh, das ist schon ein bisschen Kacke. Ich würde sagen, ich werde nach der Folge einmal nachgucken. Also wenn die Folge hier gleich rum ist. Und dann. Ähm. Multi-Werkzeug. Wollen wir nehmen mal das hier. Aber wir ballern ja gerade das neue Zeug da durch. Mit Metallplatten. Ja, komm. Gib mal hin den... ...schönen Staub hier. So, bist du durch? Ich glaube, der ist durch. Ja. Das ist doch gut. Na, er ist noch nicht durch. Er ist noch nicht durch. Es dauert noch zwölf Sekunden. Waaah. So, warte mal. Ja, komm. Geh mal rein ins Schiff. Ah! Integration Nummer 239 bla 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 bla. Funktionstüchtig. Raumschiff schwer beschädigt. Unverzichtbare Bestandteile fehlen. Die erforderlichen Komponenten konnten nicht synthetisiert werden. Äh, der Impuls hat benötigt ein hermetisches Siegel. Unterstützung anfordern. Integrationsvergleich zeigt hermetisches Siegel in der Nähe. Planetenkarte aus Notrufsignallager Bergen. Okay. Okay. Hm, ja. Gib das mal her. Kommt in meinen Exo-Anzug. Okay. Wo ist es denn? Ah, hier. Direkt bei uns vor der Nase. Äh, ich spiele das Gehäuse des Signals. Nehmen die Notrufsvital-Paniken-Karte. Ja. Mehr erfahren mit Optionen. Gebäude suchen. Äh, Taten zuzugreifen. Wo haben wir das Ding hier? Juuu. Oh, das ist klar. Wie weit ist es denn weg? 930 Juuu. Okay, das werden wir in der nächsten Folge machen. So. Erstmal das hier wieder voll machen. Ui. Impulsantrieb. Schwer beschädigt. Ja. Kann man mal so haben, ne? Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne kostenloses Abo bei mir. Und wir sehen uns schon bald zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Wieder gehabt euch wohl. Ciao mit V. Ciao mit V.